So, 80er-Kilogramm-Klasse. Haben sie auch schon schöne Fight-Trikots gemacht. Vom Kämpfer sitzen da die Fans quasi mit drei, vier, fünf Mann. Sieht gut aus. Tja, Julian, was soll ich sagen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein vorzeitiges Ende. Kräftiger Low Kick direkt. Die ersten Strikes werden mit einer ringgerechten Einlage beendet. Jetzt versucht man schon am Take-Down zu arbeiten. Beide gehen jetzt zwischendurch ein paar Knie. Oh ja, wieder sehr schöner Treffer. Schöner High-Kick, aber trifft leider nicht ganz das Ziel. Wow, stark. Versuch sie zu lösen, trifft aber ins Leere. Der Marian nimmt sich da auch nicht zurück. Sehr selbstbewusster junge Mann. Schöner Low Kick von Marian. Sieht man auch schon am Oberschenkel quasi. Ja, gibt sofort Farbe, ne? Ja. Guter Versuch von der Back-Fist. Ja, der Akam hat viel so mit Back-Fist und Trick-Kicks. Da muss man aufpassen. Die sind auch sehr exklusiv und hart. Ja. der Akam hat gerne einen Takedown. Darf man das? Nee, er wird kurz... Nicht zum Kopf. Wir sind bei Amateuren und da ist es verboten. Die Frage ist, wie stark hat er getroffen oder nicht. Arkham beschwert sich auf jeden Fall, berechtigt im Zweifel. Jetzt ist er sauer. Marian wollte sich ja noch entschuldigen und er fängt direkt an loszufeuern. Das ist immer so ein bisschen, wo ich mir denke... Aber gut, wir sind zum Kämpfen hier, nicht zum Schmusen. Von daher... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und wieder auf der gleichen Stelle, ne? Da sitzt richtig was hinter von Mariam. Sehr gut. Takedown. Schön reingesteppt. Und ist auch schön in der Zeitkontrolle. Warum gehst du so weit runter, Mariam? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja! Schaut er das? Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Hau immer fest raus. Stopp! Jawoll! Erster Arm war am Abend. Der Applaus hier war, glaube ich, das würdige Main-Event. Applaus auch an Akram Taraki, der hier aus dem Teamkopf mit einer Marge. Der ist Sieger, wie er an war. Der kennen wir aus dem Kumpel, der Martin aus Potsdam. Marian Schneider! Sehr schön.